Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abnutzen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Nutzt ab. Nutzte ab. Hat abgenutzt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich nutze ab. Du nutzt ab. Er nutzt ab. Wir nutzen ab. Ihr nutzt ab. Sie nutzen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich nutzte ab. Du nutztest ab. Er nutzte ab. Wir nutzten ab. Ihr nutztet ab. Sie nutzten ab. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ab. Ich habe abgenutzt. Du hast abgenutzt. Er hat abgenutzt. Wir haben abgenutzt. Ihr habt abgenutzt. Sie haben abgenutzt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich nutze ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich nutzte ab. Du nutztest ab. Er nutzte ab. Wir nutzten ab. Ihr nutztet ab. Sie nutzten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Nutze ab du. Nutzen ab wir. Nutzt ab ihr. Nutzen ab sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb abnutzen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.